hallo und herzlich willkommen bei staywakes the deep schönes einschalten heißt weiter geht's mit folge 4 wir sollen wieder ans deck gut dann laufen wir mal hin oder kriegen keine ahnung ich habe mal meine neue dass du mal angeschlossen das ein mechanischer gucken ob mein ob mein es das alles noch bleibt gut und gott mal weiß dass der kleine dass der tour ist wenn wir kurz mal zurecht finden weil es darum dass sie groß und das so klein klein aber fein so so schau mal mal ein deck hier zum deck muss ich jetzt noch ein bisschen so öffnen den deck wo es regnet nicht mehr es regnet nicht mehr ob man schreit hier wo muss ich denn da eine droge nein eine möwe wo ich lang nicht ausrutschen nicht ausrutschen ich glaube ich muss still sein komm ich hier lang komm ich nicht lang nein da kann man das licht da machen kann man das licht da machen nicht ausrutschen was es ist ok ja was hat uns da angegriffen oder was haben wir was haben wir da angebohrt angebohrt oh helikopter ja 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 genau da da war ich wieder ein feuerlöscher oder ich muss da runter jetzt hier komme ich nicht lang ok ich muss mal runterkriegen äh klettern glaube ich hoffe ich und rutsch mach ich mal ein licht an ne ok das licht bringt nichts da komme ich nicht rein weil die klinge von tür fällt ach ja warte mal na los was habe ich jetzt gemacht was waren das jetzt war so aus wie die tür oder oder ne tür nicht ich was ich da bewegt ok man glauben die blauen gabel mal lang laufen das applaus gabel ah ok war wohl nix oh kann ich runter es muss doch irgendwo in der nähe sein echt du musst das echt mit mir mit kopfhörer spielen äh spielen oder anhören krater oh wo läuft doch was oh scheiße äh äh ducken und laufen ich mach mal aus das licht ich muss mich echt an das so durch gewöhnen dran gewöhnen Oh shit! Es hat jemand gettet. Ach, der will. Das ist Muir. Muir? Jesus. Gott! Geh! 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 Ich verstehe nicht, Kat. Geh! Wir müssen nach dem Helipad gehen, okay? Ich habe versucht, ihn zu sprechen, aber er kam für mich. Er hat mich nicht geholfen. Es ist nicht ihn mehr, Innes. Es gibt nichts mehr, aber es geht. Er ist nicht, was wir können. Ja, du hast recht. Aber der einzige Weg auf war der Kräuter Weft. Wir werden nicht jemanden verlassen. Dann müssen wir über ihn gehen. Alles klar. Aber dann wird er ein Hörer, wenn er mich hört. Dann lass ihn dich hören. Ich sehe dich auf der Weft. Alles klar. Da stirbt es sowieso. Wir sind ja... Bitte! Dr. Geh! Geh! Ich höre dein Herz. Oh. Oh. Was ist das für ein Viech? Da. Schau wie ich das... Ich habe ein Foto gemacht. Ich habe ein Foto für dich. Wo muss ich jetzt lang? Warte mal. Hier komme ich nicht lang. Okay. Ein Viech. Ich muss da rein. Aber ist hier irgendwas, wo ich hier sagen kann? Was ich schmeißen kann? Schleichen. 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 Schleichen ist die Option, ja. Okay. Dann nehme ich dich mal. Ich muss da rüber, denk mal mal. Wo bist du? Da. Und ich muss da rüber. Na da, Kunde. Geh mal her. Ich habe falsch den Klapp gedrückt. Du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Wo muss ich jetzt hin? Da ist Übung. Okay. Scheiße. Ich brauche auch was zu schmeißen. Okay. Wenn er weggeklopfte welcher... Okay. Langsam. Langsam. Schleichen. Schleichen. Keine Hektik. Keine Hektik. Keine Hektik. Oh. Puh. Okay. Okay. Wenn ich schließen, bringt dann nichts, oder? Weiter. Das ist über mir bestimmt, oder? Oh, was ist das? Was? Hallo? Was heißt die Pferdefuß? Schick. Ich glaube, ich muss da runter. Kräftig. Oh, lauf, lauf. Oh oh. kommt zurück okay wo bin ich jetzt komme da nicht wieder raus oder nein ich komme nicht wieder raus drunter will ich nicht fallen hier kann ich rein kann ich auch noch so was haben wir fallen das nix also das nicht an also man hat keinen noch echt keine waffen wird nur schraubenzieher um schrauben zu lösen was schraubendreher was sagt ihr dazu schraubenzieher oder schraubendreher doch wie ist tot langsam müssen langsam machen und ich nehme mal den schlüssel mit Okay. Ich weiß nicht, wo das ist. Ach, okay, da. So, lassen wir mal schauen, wo ich jetzt hin. Darüber, oder? Oh, scheiße. War nicht intelligent, war nicht intelligent. Oder? Okay. 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 Alles klar. Hey, sth! Tut da! Oh, Gott. Oh, Gott. Du bist okay? Kannst du rauskommen? Nein. Du kamst mir an, ich habe gerade geflogen. Ich konnte nicht, wie ich mich hierher kam. Aber die Kabelhäuser kamen, und wir sind gerade Krabbe in der Kriel. Und sind das die Häuschkontrollen hinter dem Fenster? Vielleicht kann ich es verschwinden. Okay. Du bist ein guter Mann, Kas. das Kreuzzug. Das sind die Häuschkontrollen. Okay. Shit. okay ich muss darüber ich glaube richtig okay wir haben was ja was gut nimmt dich mal mit ich denke ich muss mal lang okay ich muss bestimmt auch hoch oder runter ich laufe mit der dank okay natürlich funktioniert nicht ich habe mich bestimmt auch hoch irgendwo ich dahin oder Es geht nicht! Es geht nicht! Es geht nicht! Ja! Okay! Ja, 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 ja. hier sieht es aus wie ich hier landen muss aha was kann ich ja nix warte warte oh nein okay 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 jetzt sagen ich muss darüber wo sind irgendwo muss ich hin jetzt aber ich weiß nicht wo ich glaube genau hier genau da bin ich hier rein es funktioniert nicht was muss ich machen mich irgendwas aufmachen zeig mal ich muss da hin wie komme ich da hin sieht es aus wie stellen muss ich drücke mal hier drauf geht nicht oder hier ach da okay und das hier unten also freut den hoch ja wie soll ich da hinrennen ok wenn man schon mal schlecht ich nehme dich mal Oh shit, das war zu früh. Es war zu früh. Ich schaff das, ich schaff das, los, 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 Zückli, lauuuuff, oh, nein, mach dir so zu. Irgendeine muss sich opfern, mach zu, gegen fährt, fällt, rammt und ist es weg. Und dann, Kopf voll ins Wasser und hoffen, dass kein Stein da liegt. Da sterb, oh, ich sterb, okay, okay, ist gut. Spring, wohin? Ja, langsam. Rennick! Okay, irgendwas passiert jetzt, ja. Da wird's. Okay, wie kommen wir jetzt weg? Oh, ich schaff das weg. Ich schaff das weg. Gut mit der Leckie. Oh, Terrace Houses, Caz. Flats, vielleicht a shop. If you're feeling adventurous. Roy's puttin' a word. He said I'm up to the job. Oh, for, for God's sake. Roy's a cook. He's a chef. He's a cook. It's just for a few weeks. I'll just let it cool down a bit and then I'll call Billy Chamberlain and have a word. Talk him into droppin' the charges. If you run the police, I'll gie you the jail for sure. When are you leaving? No more, I'm not. You are shitting me, McCleary. It's the girls' school concert. I'm fuckin' scummed up, Suze. What do you want for me? I'm just sayin' this, Caz. If you leave us, if you run, if you go, then we are done. Here we go. Oh, don't say that. I'm... I'm here. Suze. Fuckin' hell. I'm losing my mind. Now fuckin' what? Whoo. 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 Who? Whoo. Wh습 실패. Kill.